Jetzt in Halls of the Apostate. Dann gucken wir mal. Da oben sind immer noch diese Saberclaws. Was ist das mit euch? Ich glaube, ich bombardiere euch einfach. Ja. Muss das sein? Na ja, natürlich muss das sein. Ich hasse es so sehr. Dieser Tornado. Wir kamen auf die Idee, das muss doch aufs Spiel getestet werden. Keine Ahnung. Irgendjemand muss doch festgestellt haben, Mann, dieser Tornado ist richtig kacke. Irgendjemandem. Muss es doch aufgefallen sein. Und der müsste sich dann gedacht haben, in dem Moment, ja warte mal, ich glaube, diesen Angriff nehmen wir raus. Der macht keinen Spaß. Naja. Aber abgesehen von den Tornado-Schleuderern ist der Rest ja eigentlich gut. Aber die sind schon arg scheiße. Ich muss einfach sagen, wie ich es empfinde. Okay. Ich glaube, nach oben. Was ist denn hier schönes? Oh je, das sieht aus, als würde es mir Schmerzen bereiten. Das sollte hier noch nicht sein. Aber mal gucken. Ah. 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 Oh. Aha. Moment, die Dinger hier sind permanent. Oh, shit. Da muss man aufpassen. Die können sogar hier nach oben schießen. Okay. 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 Okay, wir haben auch wieder eine Menge Time Bombs. Naja, ich sehe euch. Erstmal schön abwarten. Ich sehe euch, 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 ich sehe euch. Ja, ja, ja. So kommt man hier wieder zurück. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ich höre euch doch, irgendein Disciples ist hier irgendwo. Und da sind sie ja schon. Na haaa ja holly das ist ja nett eine neue Karte perfekt und die Power zum schnellen Aufräumen haha schön ausgenutzt sonst scheinen wir hier nichts zu haben hier clearn wir eigentlich gerade alles in einer recht guten Geschwindigkeit aber auch schon alle Karten kann man sich nicht beschweren und 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 Na, lebt hier noch die Wehr? Habe ich alle erwischt? Wow. Aber es muss gut das Splash Damage gewesen sein, den ich ausgeteilt habe. Dass da schon alle tot sind. Aber ich will mich nicht beschweren. Mich wundert es nur. Hätte ich nicht gedacht. Oh, wie ist denn das passiert? Aha. Okay, was bringt mir das, ist die Frage. Ich kann hier auf jeden Fall ungehindert einfach die Leute abknallen. Ganz schön gemein. Und sie können nichts dagegen machen. Sowas nennt man auch frech im Gemeinden-Volksmund. Haha. Ähm. Ja, blöd. Passt, wenn ich sie gerade je nach unten fährt, kann man das mal ausnutzen. Okay. Na, ups, falsche Waffe. Zum Glück war kein Gegner direkt vor mir. Das hätte weh getan. Okay. Das Fenggeräusch war das. Das war jetzt aber kein scheiß Moralotor, oder? Oh, nice. Oh, fuck. Wieso das denn? Sind wir nicht eben da hingeblieben? An dieser Ecke. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Ist einfach passiert. Nicht schlimm. Okay, wir haben hier das Exit. Wir sind hier aber sowas von noch nicht fertig. Weil... Weil unter anderem hier noch offensichtlich was zu erledigen ist. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Na, lol. Aber er ist gestorben, also ist der Tornado kaputt gegangen, oder was? Ja, der ging jetzt sehr schnell kaputt. Ja, das ist auch noch das, äh, Secret. Wie sieht's auf dieser Seite aus. Ein Gegner wird hier auf jeden Fall nicht mehr sein. Auf geht es auch nicht. Ja gut, dann... Bam. Das ging noch jetzt sehr reibungslos von der Hand. Nice, nice. Wie ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.